Musik Mehr als 150 Menschen haben bei einer Trauerfeier in Grafing der Opfer der Messerattacke gedacht. Unter ihnen auch der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß. Ja, ich habe das gestern Morgen im Auto auf dem Weg in die Arbeit erfahren, so gegen acht, und bin dann auch gleich von der Polizei informiert worden und dann eigentlich auch direkt zum Tatort gefahren. Und habe dort lange Zeit verbracht, auch mit der Bürgermeisterin und mit den Einsatzkräften der Polizei. Wir haben Blumen niedergelegt und haben uns auch überlegt, dass wir mit dieser Trauerfeier heute gemeinsam, der Landkreis und die Stadt Grafing, dieses gemeinsame Auferweiten erleben wollen. Und ich denke, das war auch eine richtige Reaktion. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, auch in den sozialen Medien. Ich glaube, die Menschen brauchen in solchen Situationen auch das Gefühl, nicht alleine zu sein. Für die Opfer wurden bei der ökumenischen Feier in der Pfarrkirche St. Egidius vier Kerzen entzündet, Lieder gesungen und Gebete gesprochen. Bei der grausamen Tat am Bahnhof Grafing kam ein 56-jähriger Mann ums Leben. Drei weitere Personen wurden verletzt, befinden sich derzeit aber in einem stabilen Zustand. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München hat für den Beschuldigten am Mittwoch die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Nach der vorläufigen Bewertung eines medizinischen Sachverständigen leidet der Täter an einer psychischen Erkrankung. Laut LKA liegen dringende Gründe für die Annahme vor, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest verminderten Schuldfähigkeit die Taten begangen hat.